Da haben sie sich in den Etagen aufgeteilt, dann hatte ich den ersten da gesehen, oh da kommen sie doch. Hey guys, hey. So dann wollen wir hier im Rathaus die Treppen hoch gehen. Seid ihr gerade in der neuen Stadt oben rechts, oder was? Ich. Ich nicht. Achso. Oh Gott, ich hab ne AK gefunden. Nein, ich kann nicht. Run if you can. Was mach ich denn jetzt? Run. Run. You're bleeding, man. Run. If I find you, I will shoot you again. Run. 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 Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Man, I got you. Ich kann mich hier nicht entscheiden. Ja, ich habe eben gerade zwei Leute getötet. Die waren hier im Rathaus. Hat mir nicht gefallen. Okay. Wir hatten jetzt nicht so viel, aber was eine Waffe hat, was im Rathaus rumkriecht, keine Chance. So, Frage, muss ich ihn hier lassen und AK mitnehmen? Kann ich beides nehmen. Was sind andere AK als die hier? Ja. Hier hat andere Muni. Und das für eine AK? AK-1-1? Ja. Die ist stark. Ah, ich will sie auch nicht hier so liegen lassen. Also, ich bewachte die jetzt, bis Yannick wiederkommt. Oder, keine Ahnung. Oder ich nehme sie mir. Eine Musim finde ich, glaube ich, immer wieder. Ja. Ich habe keine Muni für die. Aber im Magazin. Frage ist, wo kriege ich Munition für die her? Ja. 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 Was habe ich gerade gehört? Frage ist, wo kriege ich Ja, blaue Schuhe. Naja, mir war das für weniger, ne? Ah, jetzt wo lauf ich jetzt hin? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja cool, die Animation. Die haben sie jetzt eingebauten, dass man mit erhobener Waffe jetzt rennen kann, hier. Gab's vorher nicht. Ja, jetzt hab ich meine Mosin weggepackt, ne? Ich hab hier so einen coolen Aussichtspunkt. Okay, alle Türen hier noch zu. Ich denke, hier bin ich erstmal sicher. Ah, na, das sieht doch schon mal viel versprechend aus. Ich glaube, ich bin in der neuen Stadt gleich. Und welcher? Die mit dem Rathaus. Okay. Äh, ist man das auch, glaube ich. Ja, da bin ich. Ihr seid nicht auf meinem Server, ne? Ich dachte, du bist auf unserem Server. Ja, ich bin die ganze Zeit schon auf einem, was leeren Server, damit ich ein bisschen in Ruhe looten kann. Ach. Okay. 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 Also ich habe hier auf jeden Fall zwei SKS. Nur nicht, dass ihr euch gegenseitig abballert. Wenn der nicht auf meinem Server ist. Ach ja, stimmt. Debbie, Debbie, Debbie. Probieren kann ich es ja. Okay. Ich überlege, ob ich einfach mal Richtung Debbie renne. Oder einfach Richtung Nordwesten und gucke, ob da wirklich nicht irgendwie ein Dorf jetzt ist. Debbie, wo bist du jetzt? Ich bin an der Military Base. In der Nähe. Ich werde wohl kaum da mitten drauf stehen und auf euch warten. Nee, nee. Aber Mathis, wenn du jetzt hier eh gerade in der Stadt bist, dann würde ich jetzt auf deinen Server kommen. Dann können wir nämlich zusammen latschen. Okay. Ja, dann macht das mal. Ich bin gerade am Stadtrand. Ja. Dann laufe ich mal noch nicht weiter. Ja, gut. Dann wechsle ich jetzt mal eben ins Server. Ja. Wir können uns ja einfach mal am Rathaus treffen. Bist du verrückt? Da findest du zwei Leichen übrigens. Oben. Vielleicht kriegst du dich ja noch ausgerüstet. Möglich, ja. Ich lauf mal hin. Nicht, dass er selber zur Leiche wird. Ja, wär kacke, aber nicht ganz so schlimm. Na gut. Wäre ärgerlich, wenn ich genau jetzt wieder so viele Sachen hätte. Sind ganz oben die Leichen, oder was? Ja, so ziemlich oben. Bevor du weiter hoch gehst. Auf dieser Ebene ist einer und zwei da drunter ist auch einer. Da geht noch einer rum. Bitte? Da steht noch einer rum. Wie siehst du, einer ist? Ja, ja. Der steht hier mit der Schaufel. Der hat mir gerade gegrüßt. So. Soll ich ihn abballen? Hi. Jetzt sind es zwei. Warte mal. Glaub mal, warum die da hingegangen sind. Vielleicht sind es ja die, die ich abgeschossen habe. Jo. Ja, ich glaube auch. Sind die das, oder was? Ja, ja. Wollen wir mal hingehen? Ich will nochmal abballern. Könnte fies sein, ne? Jo, ja. Da waren da oben Waffen. Eigentlich ja, ne? Ja, einer hatte ne Waffe. Ansonsten, ähm, kennst du die Polizeistation dort in der Nähe? Ja. Ach du Scheiße. Äh, warte mal ganz kurz. Wie hab ich mir denn jetzt die Beine gebrochen, lol? Ja, das passiert einfach so manchmal. Warum? Weiß ich nicht, das ist mir auch schon zwei oder dreimal passiert. Was ist denn das für ne Kacke? Hat keiner dich geschossen? Dir geht's gut, oder? Ja, ja. Alles super. Ich hab mir jetzt nur gerade echt die Beine gebrochen. Ja. Ich frag mich warum. Beim Treppenlaufen. Ja. Ja, das ist uns auch schon passiert. Ja, passiert das, wenn die Schuhe damaged sind, belly damaged. Äh, die waren plus 10 an mir. Okay. Aber manchmal ist es auch einfach nur ein Bug. Ja, manchmal hat man einfach nur Pech. Okay, ähm, Stöcker hab ich, hab ich... Ich auch. Ich versuch, ähm, hier was zu craften. Dann komm ich gleich hoch. Cool, ja. Hier geht's hier ganz unten unter der Treppe. Ach, ganz unten? Ja. Ja, dann versuch mal nochmal, äh... Ich würd' sagen, versuch mir entgegenzukommen. Also ich will nicht unbedingt ins, äh, Rathaus ran. Wenn das geht. Wenn entgegenkommen, das ist, ähm, ja... Such dir ein anderes Haus. Warte. Das krieg ich schneller. Guck mal, dass ich irgendwie direkt gegenüber vom Rathaus irgendwo reingehe. raus. Ja, wenn du unter der Treppe die Tür, äh, raus gehst, dann... Ja, ich bin vorne raus. Okay. Das ist, äh... Das ist doof. Ich... Ich.. Ich... Ich riech nach innen. Dass ich die beiden sonst gleich wieder abballern. ich glaub die erkennen mich wenn ich wieder mit blauen helmen und so da auftauche das waren auf jeden fall nur zwei typen mit irgendeiner schaufel vielleicht wollten sie dich ja auch begraben ja die sind auf jeden fall fresh wieder gespawnt nachdem ich halt wo ich umgebracht habe waren auch zu zweit ich habe nur gehört hier wie eine ruft run run dann dachte ich mir da muss ja noch ein anderer sein da haben sich in den etagen aufgeteilt dann hatte ich den ersten da gesehen da kommen sie doch hey guys hey dass die sind i know you i know you ihr seid also deutsch ja ich habe den kumpel gesehen doch ihr wart im rathaus einer ist einer ist im rathaus ja ja ich weiß aber du bist der mit der schäufel wir haben beide eine ja ja beide was mache ich mit euch ja warte 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 nicht rennen gut ihr könnt mitkommen oh ja und dann knebeln wir sie und fesselspiele wo mit hinkommen na zum rathaus mein kumpel muss sich noch ausrüsten und ich glaube mein kumpel braucht auch einen rucksack du hast einen wir müssen meinen haben ich brauch den eigentlich gar nicht ja dann leg den hin dann könnt ihr weiter rennen also nur wenn es ein großer ist und den kleinen brauch ich nicht nö auch den kleinen dürfen sie ablegen einfach ablegen danke und dann könnt ihr weiter rennen bye bye trauert er jetzt noch um den rucksack ja nicht weinen um den rucksack dann find's einen neuen bitte so ruhig ich würd laufen ciao nett ich lass den rucksack einfach erstmal liegen ich bin jetzt hinterm rathaus in so einem komischen kleinen laden da hat oben so ähm blaues schild drüber mit gelber schrift kannst du eigentlich kaum verfehlen alles klar macht schon spaß wenn man leute einfach ausnehmen kann wenn die keine waffen haben ich hätte denen einfach eine spritze blut geben und gut ist ja kann ich allein nicht machen da andere boxt mich dann dann könnte ich ausgenockt werden hm ich schieße ihn vor allem in die beine also hier lauf ich jetzt nicht hin aber wenn wir nachher zu dritt sind witzig wenn wir ein oder zwei begegnen dann kriegen wir das locker hin ja ich bin jetzt hier an der polizeistation wo auch noch zwei sks liegen haben sie anscheinend ausgelassen worum auch immer oder oder du meinst du brauchst den ruckzack nicht weil du einen hast oder ja also wenn es ein kleiner ist brauche ich nicht. ja wenn es ein kleiner ist dann lassen wir den einfach da liegen wahrscheinlich werden die sich jetzt da rumpositionieren und warten bis wir wiederkommen machen wir einfach da nicht lang rennen. fertig. wo bist du nochmal? in deinem rathaus ist er. im haus mit der gelben schrift. mir hakt es gerade hier bin ich noch kurz gerade gehört hallo Hallo? Ach, wie Schiss die hatten, ey. Ich kann auch dir den Rucksack ablegen. Ich muss nicht mitkommen. Nein, nein, du musst mich nicht umbringen. Leck dir den Rucksack hin, okay? Okay. Okay, haus mit der Beschrift. Ah ja, hm, war ich auch vorhin drin. Bist du ganz oben? Ey, ich chill hier unten. Da ist ja die offene Doppeltür. Geh zu, die Tür, so. Ja, weil die ja auch nicht so gut wie durchsichtig sind. Warte, ich kann es mal einen Platz machen. Ich will hier nicht an der Tür direkt stehen. Ja, ich kann hier irgendwie nicht weiter rennen. Okay. Warte mal, wenn ich komme. Ja, ich komme hier nicht weiter durch. Okay, dann wird es jetzt ziemlich ungemütlich. Oder kann ungemütlich werden. Kannst du aus dem Fenster ein bisschen gucken? Feind. Okay. Okay. Warte. Nicht bewegen jetzt. Warte. Okay. Wollte es jetzt laufen können. Oh, Gott sei Dank. Danke. Aber meine verdammten Schuhe sind natürlich völlig kaputt. Ja, das ist normal, wenn man sich die Beine bricht und deine Hose auch. Deine Hose sind auch kaputt, ja. Ja. Aber ich habe eine für dich. Warte, dass ich jetzt hier wenigstens neue Schuhe finde irgendwo. Also ich bin eine Zeit lang auch ganz lange barfuß gelaufen. Aber macht ja eigentlich nichts, ne? Weißt du ja nicht. Mir ist nichts passiert. War gesund für die Füße sein, habe ich mal gehört. Also eine neue Hose habe ich schon mal. Okay. Blaue? Nein. Du kommst hier runter, ne? Richtig? Jetzt grade laufe ich wieder, ja. ich glaube bevor ich noch mal auf die fresse falle ziehe ich mal diese dämlichen schuhe aus hier was machen wir denn jetzt du hast einen schrot hast du für muni oder ja ja muss ja aus der stadt raus das halt bei mir so ein bisschen oder um der weiteren bitte war wir drin in dem roten haus echt ja ja warte mal hallo willst du mal her zur tür ich mache tür auf vorsichtig ich weiß nicht es hat so komisch aus kann auch einfach nur nachgerendet haben rechts es ist keiner da natürlich vielleicht hier da ist so komisch nachgerendet aber es sah eigentlich ziemlich danach aus ich habe mich richtig amüsiert verwegt mir lieber eure ärsche hier rüber wird langsam langweilig hier auf diesem komischen hochsitz ich bin schon wieder unten an der tür sonst blöder jäger hochsitz und nicht mal tiere in sicht